Das Bauzentrum Leinweber ist mehr als ein Baumarkt und bietet mit der ersten Betonzapfstation in Fulda ein besonderes Highlight. Für die Betonmischungen kommen die Zuschlagstoffe wie Splitt, Sand und Zement ausschließlich aus der Region Rhön-Vogelsberg. Schnell, einfach und günstig Fertigbeton einkaufen, ohne Vorbestellung, kurze Wege, schnelle Bedienung, fachliche Beratung, ca. 100 Rezepturen frei wählbar für alle erdenklichen Verwendungen. Mit dem Bestellschein zur Zapfstelle, wo computergesteuert in kürzester Zeit der Wunschbeton in der bestellten Menge aufgeladen und abtransportiert werden kann. Kleinstmengen stehen ab 0,25 Kubikmeter zur Verfügung. Mit dieser Anlage lässt das Bauzentrum Leinweber das Herz eines jeden Bauherrn, Bauhandwerkers und Hobbyhandwerkers höher schlagen. Musik 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 Musik